Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Cyberpunk. Mission haben wir jetzt schon angenommen. Wir sind langsam auf einem guten Weg endlich den einen Skill zu verbessern. Das dauert jetzt deutlich länger als früher. Ein bisschen schade. Ich gehe jetzt hier rechts ab, oder? Scheiße. Ich bin nicht so einfach zu sehen. Okay, das ist nicht so gut hier in der Mitte zu fahren. Wir fahren hier. Oha, eine besenkte Sau. Unfall mit Fahrerflucht. Nicht gut. Ich fahre jetzt hier hin. Warte auf wie der Kopf ist. Ich fahre irgendwas. Das wirkt gut. Ich fahre das Riesenrad. Das ist mir egal, ob du Hut. Mich interessiert das gerade. Ist mega heruntergekommen alles. Kann ich hier irgendwie rauf? Oh ja, da hinten kann ich rauf. Ich sehe gerade so, wie das hier aussieht. Wenn man hier in die Richtung guckt, hat es voll den Fallout-Charakter. Ja. Ah, okay. Hm. Tja. Hier geht es nicht so gut. Ist auch übel gewesen. Echt jetzt? Ich falle da durch? Du bist tot. Ja, das ist mir bewusst. Das ist für ein Mist, oder? Und da wird es gar nicht richtig hell. Das ist voll kacke. Das sind so grau und grau und so bläh. Regen und so. Vorletzend. So. Zwei Kilometer entfernt. Schade. Das hat ja voll lustig gemacht. Ich fühlte die Cops. Ich möchte es mit diesen Autoverkaufsstationen. Das finde ich angenehmer, als dann immer da hinfahren zu müssen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mal verstehe. Also vom Viertel her hier könnte es auch GTA sein. Ja, wobei, im Fallout GTA noch. Ich weiß nicht. Ich will wieder falsch auf dem Bogen. Ich weiß nicht. Nein, es tut mir leid, ich habe noch mit dem Baum gefahren. Scheiße. Wir haben einen 88, 70 in Cento Domingo. Verstanden. Er bitte zusätzliche Verstärkung. Zentrale? Noch da? Ich würde sagen, ich habe wunderbärchenhaft geparkt. Ich erinnere mich gerade daran, dass ich vor ein paar Jahren ein Auto im Kirchturm gelandet ist. Oder im Dach der Kirche. Jetzt wissen wir, wie sowas passiert. Nein, den werde ich nicht. Guck dir das mal was da an. Ich könnte mich von da hinten versuchen zu nähern. Um ihn auszuschalten. Das können wir mal versuchen. Nein, das ist gut. Nein, das ist gut. gut ja 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 Ach, war live Legende. Okay. Streetcred. Maximale Stufe. Sehr cool. Hätte ich eigentlich retten wollen. Aber das ging nicht. Walzend. Hm. Was ist das? Ah, hier ist der Laptop. War ja schon fast klar. Und was haben wir da? So, haben wir alles erledigt. Shiger Regina, eine Nachricht. Ah, okay. Okay, er ist doch lebend erwischt worden. Cool. Hm. Okay, vielleicht. So, was ist da, Judy? Achso. Ja, sehr schön. Ah. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir noch ein... Oh, dass es mit dem Level Up dauert, wahrscheinlich noch Ewigkeiten. Ja, das sehen wir hier oben, ne? Da. Aber wir können mal in Zemental gucken. Das haben wir schon eine ganze Weile nicht gemacht. Vielleicht finden wir was Schniekeres. Ja, nicht so richtig. Nein. Das hat was. Das gefällt mir nicht. Hm. Geht halt immerhin noch an dem Vorteil, dass die Panzer rumbringt, ne? Ich habe hier meine eine Waffe nicht drin. Okay, interessant. Die ist besser. Die ist besser. Genau. Nehmen wir die hier. Ähm, genau. Ist das auf der Wippe oder was? Ha. Ja, ich weiß nicht, ob ich das modifizieren möchte. Hm. So was hierher stellen, ne? Ah, ich weiß nicht, ob das sein muss. Hier Upgrades. Gibt es irgendwas? Geht nicht. Achso, ich brauche die Lieder an Komponenten dafür. Wären die hier. Oder? Ja, ich glaube, die sind das. Darf man noch welche? Und dann gucken wir mal, dass wir gleich ein bisschen was herstellen. Immer noch keine. Ah, ich brauche. Ja, das ist halt echt viel, ne? Na gut. Müssen wir zur Notheit kaufen. Tja, würde ich sagen. War es das für heute. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal.